goldmine ist ja jetzt nicht so wichtig so da gehen sie gleich laufen sehr gut das ist wunderbar so gefällt mir das die bringen wahrscheinlich die waffen in die kaserne sind ja vier leute und hier kommen die letzten steine ran zwei fehlen noch da ist einer und da ist der zweite na dann sollte alles klappen getreidefarmen sind jetzt auch am arbeiten die hier anscheinend noch nicht aber da sind sie man kommt schon dafür noch zwei steine ok naja es wird langsam so produzieren wir mal ein bisschen werkzeug damit wir ein bisschen was haben und die jensten träger hier auch ein bisschen was zu tun haben so und noch ein bogenschütze dazu sehr gut und die erste burg ist fertig der erste schutzwall vier bogenschützen haben wir jetzt dann noch nicht viele aber zwei stück erst na gut besser als gar keine so alle rein in die burg sehr schön fische werden auch sehr gut geangelt schon das läuft wer hat er mal in zwei ok na das geht doch jetzt sucht er wenigstens wieder nach gold auch so dann kommen noch ein paar hammerbrüder die holen sich nach die burg ran hier die swings ist dann auch fast fertig die brauerei muss noch und das wohnhaus dann dann haben wir die großen bausteine auf jeden fall hinter uns die waffenschmiede hat auf jeden fall gut mit zu tun die werkzeugschmiede auch so kann man mal zusehen wie eine burg errichtet wird sieht auch schön aus erstmal so ein bisschen das außengerüst und dann den rest so verkleiden so bretter müssten wir eigentlich genug haben oder? ja ach ach das reicht locker eisenherz und cola haben wir auch noch so fülle aber wir haben halt keine träger sonst gehen halt bloß die träger gerade aus das kann man auch schon mal da hinstellen so ein kleines lager spitzhacker ja und bauen wir zwei so da sind jetzt acht wachen ey der kann echt nicht weitermachen weil die ganzen träger jetzt fehlen scheiße so hier fehlen sechs steine wieder der könnte ja mal steine noch liefern können wir gerade sehr gut gebrauchen so da da und der kann ja mal da hingehen angeln viel kommt hier aber nicht raus na gut was würde man erwarten ich hoffe das wohnhaus braucht nicht mehr so lange ey ich brauche das ganz dringend ich brauche das ganz dringend machen wir mal so höchste priorität dann läuft das schneller auf euch so wie sieht es hier aus hier brauche ich es eigentlich gar nicht probieren ich würde es schon gerne so machen eigentlich eine wohnhaus hier bauen aber da müsste ich alle drüber schüffeln und das dauert ewig das dauert ewig bis ich die alle hier rüber habe dann so da kommt schon mal jetzt ein träger jetzt an die waffen ran haben wir doch noch so viele träger ja hoffe ich jetzt gar nicht umso besser wenn wir noch ein paar haben die burg ist dann vollständig auf jeden fall das wohnhaus wird schon mal angefangen zu bauen Material wird hingebracht wie viele träger haben wir denn hier 91 auf der insel ne insgesamt 91 wa zu schande dann baue ich auf jeden fall noch eins dort und dann baue ich noch eins hin die brauchen wir jetzt ganz dringend erstmal so ich meine die bretter haben wir ja auch da kommen zwei schmal drei das ist das vierte bret wahrscheinlich dann immer hin so hoffen wir mal das wird jetzt verraniert hier hoffen wir mal nicht allzu lange hoffen wir mal nicht allzu lange und dann mache ich noch mal ein paar pioniere und schick die alle rüber anders kriegt das wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht hin so so ja Spitzhacke fehlt noch ich weiß der hat gerade sein ganzes Werkzeug verballert so vier Schaufeln noch und zwei Spitzhacken und das ist jetzt ein Werkzeug Tatsache ah und Kohle fehlt hier aus alles klar hab ich gar nicht gesehen so noch 21 Steine das ist eine tolle Wurst das machen wir mal kurz auf 0 dann holen wir die Steine hier ran die hier oben noch liegen da ist noch Werkzeug und alles ich hab gar nicht gesehen hab ich gar nicht gesehen umso besser kann ich da alles rüber liefern naja Spitzhacke kommt gleich dauert nicht mehr lange Träger kommen auch bald hier fehlen ja nur noch die Steine da sind sieben Goldbaren nur ok also was heißt nur ist ja schon voll ohja es fehlen echt die Träger traurig aber so dann schieben wir mal die ganzen Sachen da rüber Werkzeuge, Hammer, also Hammer, Schaufeln, Äxte und alles, Spitzhacken alle drüber weil wir alles drüben sehen dann braucht der hier eigentlich gar nichts mehr produzieren so haben wir das mal ausgestellt kurzerhand da finden wir noch so viele Steine ey der hat zwei dort der produziert ja noch nicht jetzt kommen hier noch ein paar Steine an so so kann schnell arbeiten überhaupt ne zwei Getreide sind da zwei Getreide hier na das wird ja ein Spaß hier naja wenigstens haben wir die Nahrungsversorgung schon mal angefangen ich kann es ja auch hier nochmal einstellen mit dem Fisch dass die Eisenherzmine und die Kohlenmine erstmal Fisch kriegen hier solange da nicht produziert wird ist ja doch sonst ein bisschen Kacke 16 Steine fähren da echt noch 16 Steine fähren da echt noch was mit den Hammerbrüdern jetzt hier geht doch warum nicht gleich so Träger können sich auch mal drum kümmern hier dass die Steine da reingeschafft werden na wollte schon sagen keine Lust mehr zu arbeiten Leute so schauen wir mal ob wir das ganz gut hinkriegen jetzt schauen wir mal ob wir das ganz gut hinkriegen jetzt so das ist der letzte Rest auf jeden Fall da rüber geschickt wird von Steinen hier na sehr gut das brauchen wir auch nicht mehr das ist auch alles drüben so und das hier ja weiß nicht kommt da auch nur noch minimal was rüber immer aber da ist die Grenze alles klar dann musstet jetzt erst recht schnell voransteigen hier jetzt muss ich wirklich Gas geben wenn die schon hier sind wenn die schon hier sind haben die ganz schön viele Landsätze die konnten sich sehr schnell sehr gut ausbreiten ich habe hier nur ein paar Soldaten ich habe hier nur ein paar Soldaten ne ist nichts ich muss auf jeden Fall ordentlich was rankriegen jetzt hier da haben wir noch einen Minenarbeiter sehr gut immerhin etwas das Getreide wird immer noch nicht zu den zuständigen Betrieben hingeschickt das ist sehr kacke da 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 Vielen Dank.